So, da sind wir und weiter geht es mit Elden Ring. Ich dachte, wir sind jetzt durch hier mit diesem Schloss. Jetzt habe ich auf einmal diese Leiter hier gefunden. Und dann schauen wir mal, wo wir hier rauskommen. Geht es hier doch gut ab, ja. So geht das nämlich. Was war das? So, die Stolken, okay. Ich glaube, die haben wir ja schon. Was denn? Nochmal die Stolken. Da ist doch so ein Beklopter. Ich liebe diese aufgeladenen. Stahl. Stahl. Stahlartfackel. Okay. Stacheldartfackel. Stacheldartfackel. Was? 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 Ausrüstung? Halleluja. Hier haben wir eine normale und eine betroffen. Einen Bogen haben wir noch, müssen wir auch noch testen. Aber der macht nicht so viel Schaden Und ne Peitsche Und alles mögliche haben wir gekriegt Sperrpartisane Eieieieie Okay, dann war dieser Bereich Einfach nur für Für diese Fackel jetzt Damit wir die Fackel kriegen Dann haben wir in diesem Bereich Das Schloss ist auch noch gemacht Oder geht es hier noch weiter hoch Dann waren wir echt in jeder Ecke Den haben wir ja auch schon eben gemacht Da oben waren wir auch Du hast ein Kumpfingermedizin Na gut Dann sind wir ja Von daher gekommen Hier um die Ecke Das ist alles hoch Es ist so krass Warte, das war jetzt die Küste Da waren wir auch noch nicht Diese Küstenregion Die haben wir Oder Ich glaube nicht Wir sollten aber nochmal Zu der Frau hingehen Ganz am Anfang Wo war die? Ich glaube Wo wir rübergekommen sind Direkt hier an der Ecke glaube ich Ich glaube da war die Frau War das da Oder war das Hier Ich glaube hier war das Nein Das brauchst du auch nicht Das auch nicht Mal da eine Markierung So Gehen wir erstmal runter Cool Dann haben wir die komplette Rüstung Jetzt Festung Schloss Haben wir jetzt durchgemacht Jetzt sind so fliegende Dinger da Die waren doch eben nicht da Ich wollte mal da in die Ecke gucken Was das hier ist Ah siehste Können wir bestimmt Irgendwann mal gebrauchen So Jetzt können wir einfach hier rauslaufen Das haben wir alles gemacht Das brauchen wir gar nicht machen Oder gab es hier noch was tolles Oh Nein Nein Könnte ja weiter beten Alter was Nein Ich wollte ja einfach hier raus Nein Was machst du? Was ist der denn da? Lauf bitte einfach raus Jetzt kommen die alle mit hier Komm eine Runde Aufzug fahren Das ist nur einer Aua Das ist nur gebissen Sehr cool Ja Ja Setze ich kurz mal hin So Dann Würde ich sagen Zählt diese Dieses Schloss ja als Abgehakt Das waren die Das waren die Und genau Die wollte ich mir auch nochmal angucken Da waren wir auch nicht so richtig Ach nein Drückt doch nicht immer hier irgendwelche Tasten Junge Was machen die denn hier? Oh vergiftet Oh vergiftet Oh nicht gut Nicht gut Nicht gut Oh vergiftet Oh vergiftet Oh vergiftet Die Ingwische Würmer hat er gespuckt. Sind sie auch mit dem Ross vergiftet? Da nicht. Giftblume. Okay. Bestimmt alles. Irgendwann mal gebrauchen. Giftblume. Oh, die sind auch noch da, die ekelhaften Dinger. Geh weg. Okay, die bewachen halt die ganzen Giftblumen hier, ne? Sehr cool. Haben wir das auch hier? Zack. Was? Sie ist weg? So schnell? Giftnebel. Okay, sowas geben die auch? Giftnebel. Okay. So, das sind einfach nur so Mauern, ne? Genau. Ah, da waren wir noch nicht. Okay, wir wollten da zur Markierung erstmal. erstmal der Frau Bescheid geben, dass der Vater erst zurückkommt, wenn alle Verpflichtungen erledigt sind. Ich muss mal gucken, wo die waren, ne? Kriegssache. Mächtiger Schuss. Echt? Ey, so Dinger geben auch so ne Kriegsasche. Wo war denn die eine Dame? Ich glaub, die müsste da oben sein, ne? Badabam, badabam, badabam. Badabam, badabam. Badabam, badabam. Badabam, badabam. Öh, die ist gar nicht mehr da. Öh. Warum ist die nicht mehr da? Brücke des Opfers, ja. Ja. Die Brücke des Opfers. Oh nein, die ist tot. Was? Scheiße. Guck mal, unser Schwert da, ne? Uh. Sie ist tot. Öh. Warum? Toll. Einfach so ne Nachricht, ne? Sie ist tot. Krass. Was? Toll. Was? 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 So machen wir hier... Naja, das geht ja nicht so, so geht ja nur so. Äh, zack. Zeit vertreiben bis zum Morgen. So, ein neuer Morgen beginnt Und das heißt Wir erkunden jetzt hier mal weiter Das brauchst du auch nicht jetzt Wo gehen wir zuerst denn Hier vielleicht diesen Bereich Sowieso erstmal die Straße hier hoch Bis da zur Kreuzung und dann gehen wir mal hier rein Das ist der Plan So Kommt man da auch irgendwie hoch Äh, da kommst du nicht durch Ich dachte hier wäre vielleicht so ein Eingang oder so Aber es sieht nicht so aus Okay, dann Dann geht es los Hier kann man bestimmt auch gut farmen hier, ne? Ach, da gibt es auch was da drin, ne? Oh, das musst du auch mal machen Aber nicht jetzt So, das war die Straße Und jetzt gehen wir rechts rum Also ich guck mal auf mein Navi Äh, das war nicht das Navi Ach, das geht jetzt nicht Weil die Gegner uns noch so Ja, äh, ja, okay, okay Da gibt es auch noch ein paar Hunde Uh, was war das da oben? Okay, so eine Giftblume Dun, 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 dun Was seid ihr für welche? Ja, guck mal Die geben sich, ne? Was? Der hat geschossen gerade, ne? Uh, guck mal Noch ein Ort der Gnade Ich freue mich immer wieder Zu sehr Das war schon immer schon so Gewesen Ah, zack So, wo war das? Ah, da ist ja dieser Weg Wo ich jetzt durch wollte, genau Das war, okay So, Redierung Da und dann vielleicht mal hier rein Gucken, was da für Dinger sind Oder erst mal hier Dieses Gebiet Wenn wir schon mal hier sind Gehen wir jetzt einfach mal links rein Hier Oh, das geht gar nicht da Huh, was? Huh? So, da sind wir her, ne? Genau Also nochmal das Ross Oh, das sieht giftig aus hier Aber da kannst du irgendwie hoch, ne? Mit der Färze Okay Müssen wir uns merken Wir wollen jetzt hier die Richtung Kannst du überall hier so hoch Alter, was ist denn für eine Ecke? Was bist du denn, Finder? Okay Oh, der ist schnell Äh Da war ne Giftblumen Okay Äh, was kommt jetzt? Noch mehr von denen, ne? Was war das? Das war wieder so ein Rätsel, ne? Da geht einer wieder spazieren Tatsache Regenbogenstein Warte, 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 warte Lass mich doch mal kurz Ein Wieso hat er das jetzt Zwei her nicht? Lass mich kurz heilen Dann können wir weiterspielen Ihr seid so assis Lass mich nochmal kurz heilen Junge Okay Dann fangen wir an Ey, so nicht So, fangen wir nicht an Äh, was ist denn los? Hat er Blockade oder was? So, manchmal hat er glaube ich irgendwie Oder ich Hab dann Aussetzer Tja, da geht's ja nirgendswo weiter, oder? Es geht immer weiter irgendwo Und überall gibt es versteckte Sachen, ja Tja, guck mal Direkt so ne Höhle hier, ne? Erdschwundhöhle Oh nein Oh shit, warte Was sagt der mir noch, ne? Warte, einmal zu markieren Können ja keine Fakten benutzen, ne? Scheiße, wo ist der jetzt hier gelandet? Irgend so ne Höhle Wir haben keine Wir können ja die Fackeln nicht benutzen, ne? Aber brauchen wir die? Das ist doch das Zeichen, glaube ich, oben, ne? Keine Fackel Äh Was hast du? Nein Nicht du Sondern du Nimmt er nicht, ne? Doch, der nimmt ja was Aber wir haben jetzt keine Deckung Okay, wir machen hier eine Pause Und es geht gleich direkt weiter Ich sage danke und bis gleich Ciao, ciao